Musik Musik Hey und hallo zu sims 3 dem insel paris mit lieben kann my ocean mit alfi und t5 und bonhilda bonhilda ist hier gerade bild macht schön sauber wobei ich sagen muss denn t55 koch schon wieder in einer tour kocht ihr irgendwas ist gut also von man tut hier niemand von von allen die akkuleistung ist total runter und die ja bei ihm auch dann also so langsam sollte man da irgendwas machen wie ist es bei den beiden waren meist die art hunger sie ist jetzt gerade hier und bei mir habe ich jetzt sie gerade sie hat überhaupt keine bewässerung mehr sind auch hunger oh gott kann ich irgendwie helfen sie hilft schon naja nein nicht telefonen ich muss mit ihr ins wasser ok jetzt kann ich erstmal was sind das hier ständig für geräusche vielleicht kann mir da irgendeiner mal helfen so maya schick erstmal duschen und danach kann sie schwimmen mit seetang an sie kann auch einen taug machen nämlich mit lima sehen was passiert ob man doch mal wie es schneit hier wie verrückt und wir haben auch winter den nächsten zwei tage und in drei tagen ist frühling das ist ja schön aber wo soll ich dieses geräusch herkommt ist keine ahnung dass sowie gruselig wie geht es dir jetzt bewässerung ist volle pulle also wenn sie jetzt einmal duschen war brauchen wir ja gar nicht mehr das ist ja doof aber er hat sie hat immer noch nicht gegessen ok dann macht es mal die ist mal 1 2 ich glaube müsste reichen gucken wir mal sie ist dann einfach so und wie kann sie auch fisch essen genau hatten wir nicht mit li und welche fische gefangen die suchen wir jetzt und packen sie gleich kühlschrank die kann nämlich immer ja auch essen fällt mir da ein habe ich nicht letztes irgendwo erklärt hier gucken wir hier gehen hier nähter nicht und den hier hat ist jetzt hier ach so hier ist noch ein fisch thun fisch den hier und was ist das ein haizahn und den einsiedler krebs wollen wir auch nicht behalten den darf sie aber auch nicht essen der haizahn bringt uns 1916 war das nicht aus dem tauchen gewonnen daraus ist winter wie verrückt hier schwimmen mit ihr schüppern mit tauchen kann sie aber nicht auch mit da ist tauchen mit tauchen mit meyer bald spielen wollte sie jetzt bin ich spannend wird jetzt passiert geht nicht sie geht einfach nicht tauchen gehst du allein tauchen was ist denn das gruselig das ist bestimmt irgendeine spiegelung so geh mal bitte tauchen mal gucken ob sie das macht wobei ich gar nicht tauchen wollte wie sind sie denn eigentlich so drauf ich wollte ja mal gucken energie und hygiene ich will eigentlich unbedingt mit meyer und sie irgendwie in die zukunft so ja die bots die tun hier schon die sachen abzwacken die schicken wir jetzt alle hier auf ihre dinger wieder aufladen und das alfi auch wieder aufladen ja und ansonsten krieg mal hier ist nämlich die meyer schon es ist natürlich total dunkel weil es nachts ist und mir ist nämlich so eingefallen dass ich die zweite kann man die meyer und viel so hier ja also steht sowieso alt meyer schläft muss pinkeln jüdlich glückwünsche und ich dachte sie kann wissen irgendwie hierher kommen aber kann sie auch nicht warum willst du nach hause nach hause gehen tauchen betrachten guck dir das mal an und den kannst du mal fangen das ist nämlich essen jetzt fängt sie gar nichts mehr weil sie taucht nämlich hier auf und will nicht mehr irgendwie okay wir gehen mit liens bett und dann war es das nämlich gewesen und irgendwie muss ich dann in nächsten tagen in zukunft ist natürlich nicht ob ich irgendwie meyer mitnehmen kann so einmal duschen und na gut pinkeln ging lieb vom stadtrat der stadt isla paradiso in anerkennung ihrer ausgezeichneten arbeit titel der der titel alte garde verliehen und sie ist eine wahre helden benutzen darfst du das und dann darfst du auch schlafen gehen 1840 sind wir uns in der woche und von 10 bis 18 uhr ach so arbeiten müssen wir ja auch noch für mehr gerade ein und dann müssen wir mal gucken wird macht denn die karriere sie war heute arbeiten beziehungsweise war sie nicht arbeiten ich kann mich nicht so recht erinnern ach so ne mittwoch wir haben mittwoch ein uhr sie muss noch arbeiten logisch ganz toll die wände könnte ich irgendwie drehen wenn das hier war ja so sie ist fertig mit duschen und ab ins bett ach ne aufs klo darfst du auch noch jetzt wird es auch langsam dringend schlafen denn wie bist du nicht ausgepennt denn so die bots sind schon wieder fit wo gehst du hin betrachten ja übrigens wollte ich doch mal gucken kannst du denn hier am computer auch wetterdaten und so weiter computer schreiben schatten mit jemanschetten interrom ziehen reisen immobilie 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 hier ansehen weiteres ansehen kaufen so hier können wir nicht unsere immobilie immobilie kann die bots hat sich genauso machen so ich dachte dass wir hier irgendwie gemeinschafts- bot arena okay utopie alles was in der zukunft ist ist hier null einnahmen aha hier kann ich 100 similis abrund das wohl eher zwei wochen her oder weißer geier hospital 24.000 so die kann ich abholen und das kann ich auch abholen das ist kino 12.000 wirft es ab nautilus laboratorium 15.800 ok und was ist hier spa und bistro 400 und immer her damit das müssten jetzt alle gewesen jetzt haben wir hier und ein paar so der friedhof wirft 9200 ab die strände gehören uns ja auch und ich würde mal sagen so weg damit und was ist das fehlen häuser haben wir nicht fehlen häuser aha heiteres hausboot ach so jetzt kann ich das verkaufen insel der zuflucht mehr und frauenhaut niemals ein das sind sozusagen unsere inseln und das sind die einnahmen der das kommt deutsche frühjahrs das sind nämlich unsere ressorts so und alles zusammen wäre das hier und und so weiter und so fort gar nicht mal so uninteressant hast es fein gemacht so also fahren wir mal in die zukunft und müssen mal gucken gut interessant wird natürlich dann im großen und ganzen interessant wird natürlich dann wird die maya wieder krank oder fährt sie gar nicht mit oder was machen wir fahren mit allen zusammen aber jetzt geht die erst mal arbeiten heute und ich weiß gar nicht warum die schnell schlafen weil die bots unterwegs sind so die maya ist inzwischen aufgestanden wobei ich mal sagen muss das bewässerung schon wie erfreulich ich würde sie also ruhig mal die dusche stellen ist natürlich interessant ob sie in salz ne meerwasser dusche ist so gehe heute wollen wir mal kennen sondern erst mal wieder ein bisschen inzwischen haben wir ja auch schon ordentlich abgeräumt hier von den anderen sachen und so weiter so hier scheint die bewässerung hervorragend zu klappen ihr gut nach hat sich ein ding essen hier und ach so schade na gut wir lassen nächstes mal sie auch ein bisschen hungern und da kriegt man nämlich mal mit dem fisch genauso klappt so wie weit ist nichts die mit schlafen so liebeste gleich ausgeschlafen haben hier steht irgendwas hier drinnen und gut im see ja auch hier verwirrt mich immer ein bisschen so meine nebelmacher sind wahrscheinlich die die wahrscheinlich am meisten clown hier von der jetzt bin ich blöd dann kannst du nicht so richtig klicken ja und mit jemandem chatten zufälliges internet wuhu also ein bisschen zeit hat sie ja noch lassen die ließ aber gerade beim aufstehen ok wie geht's denn dann lilly auch wenn ich mal sehen wollte mit wem sie das internet wuhu hat sieht man das auch ne ist nur zufällig aus dem steht unser bild so die hunger hunger ist nicht so schlimm davon haben wir nämlich genug essen hier irgendwie hafen wechseln willst du nicht jetzt sieht hier voller der schneeflocken meine maus nicht mehr so da ist jetzt war es ja echt verschwunden dafür ist mein bild zu spät so reste essen ich würde sagen heute erstmal sushi rechnung und höhe von 3130 muss in einem tag bezahlen na gut dann bezahlen würde jetzt eine ganze 3000 simpel unsere rechnung und das schon blöd die bots stehen da rum was ist denn los ich bewundere sims die sich die mühe machen etwas neues zu lernen ich würde ich gerne besser kennenlernen sagt chandel zu maya das finde ich es blöd das ist nämlich chandel und ähm 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 also kannst du mal plaudern ich glaube das klappt irgendwie nicht oh maya ist irgendwie ordentlich und ähm ähm tut mir leid ich hab keinen zeitversuch fünf stunden nochmal die hat da gerade telefoniert ich weiß es ganz genau egal so ihr bin lieben jetzt sind wir hier völlig falsch jetzt probieren wir das ding mal aus hier das mit hochgerutsch hallo in die zukunft reisen mit mit alphi kann ich mit allen reisen ja wenn ich dann klicken kann kann ich okay wir fahren mit allen zusammen und das wird doch glaube ich lustiger so t55 ist mit dem auto weg gewesen möchtest du wirklich mit dieser gruppe sind durch durch das portal reisen ja was für eine frage weil die gibt es von der arbeit sein armen das habe ich jetzt für dich völlig verdrängt wollen wir nicht so jetzt geht es irgendwie weiter hier und es hat eine ganze weile dauert jetzt alle hier drin sind und wir reisen in die zukunft erstmal wenn wir nämlich zurückkommen dann ist hier in der gegenwart die zeit stehen geblieben also braucht sie gar nicht zur arbeit so ich sag mal ganz kurzerhand mit der zukunft geht das nächste mal weiter und ich sage wenn es euch gefallen gibt mir einen daumen schreibt mir die kommentare und lasst es gut hin